Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Minecraft Prison. Wieso machst du nicht 3 zu 1? Das machst du sonst immer. Ich weiß, ich wusste, dass du mich reinlabern wirst, deswegen hab ich das heute nicht gemacht. Wir wollten eigentlich einfach sagen, hey Leute, also neben dem 3 zu 1, wo du in der anderen Fingst bist, hey Leute, wollte ich eigentlich so sagen, hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA. GTA, also? Du hast einfach nicht 3 zu 1 gesagt. Ja Leute, wir haben ja dieses allseits bekannte Problem, dass wir nicht wissen, wer die Antwort macht, beziehungsweise wir machen sie einfach beide und beide zerstören sie irgendwie einfach, keine Ahnung. Und ich sage halt immer am Anfang 3, 2, 1 und dann geht's los so. Also dann sage ich so, hallo Leute, aber heute nicht und Red hab ich da ein bisschen verarscht. Okay, wir sind hier. Egal. Okay, wir haben ja in der letzten Folge den Erfolg, also Red hat den eigentlich gemacht. Ich bin dafür bereit. Ja, genau, er ist ja mit dem Schwein von der Klippe gesprungen, das arme Schwein an der Stelle. Rest in Peace nochmal. Red an der Schweine, Bruder. Ja, ja, ja. Was ist jetzt unser Ziel ist die Frage natürlich. Wir gehen hier ganz kurz auch über Erfolge. Was macht das? Ja, keine Ahnung. Also, eigentlich wär halt dieses Schafschutz-Duell echt nice. Meister des Kampfes können wir halt einfach auch nicht machen. Wir haben kein, wir haben, also, wir haben nicht genug, wie heißt das? Das Ende, finde das Ende. Das können wir nicht machen, wir haben nicht zu weit, oder? Ach stimmt, wir haben noch nicht. Reicht das, wenn man ein Ding da reinsetzt? Nein, wir müssen durchs Portal durchgehen, glaube ich. Oder das Portal, nee, eröffnet das Portal. Nee, eröffnet einfach, oder? Aber ich glaube, für das haben wir eben auch noch nicht genug. Aber wir müssen erst mal bis ans Portal rankommen. Ja, wie viel fehlt da denn noch? Warte, guck ich grad nach. Warte, wie komm ich denn da hin? Ja, okay, da fehlt noch ein bisschen viel. Wobei, nee, nur noch zwei Erfolge. Ein Erfolg. Nee, so viel fehlt da nämlich nicht mehr. Ein Erfolg. Das ist auch noch ein Bier. Au, ich bin drückte gefallen. Ja, genau, ein Erfolg. Ein Erfolg. Das heißt, aber das bringt uns trotzdem nichts. Ja, ja, wirklich. Doch, wir müssen jetzt halt einfach irgendwie diesen Skelett, also Scharfschützen nur machen. Ich weiß, was ich mache. Ich geh nochmal, ich geh jetzt nochmal in den Neter. Weil irgendwo müssen im Neter ja Neterwarzen sein, ja? Das stimmt. Ich geh einfach auf Game O3 und flieg durch die Welt und guck nach, ob ich Neterwarzen finde. Was? Da könnten wir was brauen, ne? Und dann... Ja, eben. Und wenn wir brauen einen Trank, ist ein Erfolg. Ja, ja, das ist halt... Ist da aber egal, was für ein Trank? Oder gibt's da bestimmte Kriterien? Nö, ist egal, was für ein Trank. Also, mit der... Ich hab das ja so ein bisschen studiert, ja? Einfach mit dem Studium, einfach Minecraft bauen. Du hast einfach dort einen Block vergessen. Wo? Komm her. Das sticht mir direkt ins Auge. Da. Ja gut, hier unten war ich auch noch nicht fertig. Ah ja. Damit dann repariere ich das ganz kurz. Ja, das machst du bitte. Ich hab in den letzten Prozess irgendwie die ganze Zeit gebaut. Ich... Ja, keine Ahnung, ich hab keine Hobbys. Ja, das stimmt. Das ist einfach schon hobbylos, dass er freiwillig jeden Tag um 5 Uhr aufsteht. Das stimmt. Das ist für mich schon hobbylos genug. Oh, das Zuckerrohr ist wieder gewachsen. Wo ist unser Neto-Portal? So Leute, und anbei... Während Red hier die ganzen... Äh... Dingens macht... Sachen sammeln. Oh mein Gott, wieso hab ich schon wieder Damage bekommen? Und wieso packt die Rüstung schon wieder rum? Das ist mit ihm schon wieder. Wir können... Äh... Ich frag mich gerade... Oh Gott, warte Leute, ich muss ganz kurz was googlen. Äh, ihr seht's gleich. Was muss ich jetzt googlen? Wieso sind hier so 10.000 Schweinemänner? Oh Leute, hier ist ein Ruhlraum. Sind da vielleicht in die Tabats? So, hä? Ich bin gerade verwöhlt. Okay. Also Leute... Ich zeige euch hier mal ganz kurz, was ich hier vorhabe. Und wir können ja hier Level farmen. Also vielleicht merkt ihr's schon. Äh, brauchst du deinen Eimer gerade? At the moment. Mein Eimer ist in der Kiste. Ah, okay, dann ist er chillig, dann kann... Der will mir neue Kuchen machen. Weiße. Ja Leute, wenn ihr mich mal am Eimer fragt, weiß ich ganz genau, was zu machen willst. Ja, weil ich hab hier jetzt hier gerade noch Zuckerrohr abgebaut, wie ihr gesehen habt. Ihr habt jetzt auch wieder zwei... Paula, komm jetzt her, Mann. So. Einmal. Zweimal. Und das dritte Mal. Wir haben ja bekanntlicherweise... Äh, ich brauch noch ein Ei. Aber ich denke, das soll nicht das Problem sein. Wir können eine Mob-Farm bauen. Ja, das hab ich vorhin auch schon gesagt. Aber wir haben ja keinen Spawner mehr. Nein, eine Mob-Farm im Sinne von Mobse halt hier, weil hier ja... Also, halt einem Neta, wie wir einen Valhalla hatten, weißt du. Achso. Und dann geht's auch noch weiter. Ach, stimmt. Wie da... Hab ich mich hier unten gebaut, oder warst du das? Du hast ja schon gelernt, dass du die da war. Wir haben eine neue Lüge gemacht. Das ist die richtige Lüge, Alter. Ja, wirklich. Okay. Die Frage ist jetzt, wo platzieren wir den? Und ich hab mir da gedacht... Vielleicht da, wo du nicht versuchst, zu sch... Äh, äh... Vielleicht da, wo du nicht versuchst, den Kuchen schweben zu lachs... Äh, zu lachs... Alter, ich kann nicht mehr reden. Ich google nochmal ganz kurz was, oder? Ähm... Was googelt der denn jetzt, ob Kuchen schweben kann? Äh, ja. Ich hab mir gedacht, wir könnten ein bisschen... Äh, Dekoration-Stuff und so, äh... Ja, keine Ahnung, Alter. Ihr werdet jetzt einfach sehen, was ich jetzt mache. Äh, achso, du bist wieder einer von der Hölle. Das ist ja chillig. Du bist wieder einer von der Hölle, Alter. Ja, der kam halt so. Ein Höllentyp. Ah! Oh Gott, ich dachte, ich greife mich an, aber das war ein Skelett, was mich angeschossen hat. Bist du eigentlich jetzt in der Hölle? Oh, das ist ja richtig behindert, ja. Mach mir mal eine Steinachse, bitte. Das klappt ja. Ähm, ja. Weil ich kann das Skelett nicht töten, weil ich hab Schwungkraft und dann hitte ich einen von den Schweinemännern auszusehen wahrscheinlich. Von den Schweinemännern. Ja, das ist dann dümmer, ne? Wieso kriegt man damage, wenn man durchs Portal geht eigentlich? Kann mir das mal jemand erklären? Keine Ahnung, aber das ist doch schon ewig so, oder nicht? Das ist schon ewig so, oder es ist mir neu. Wieso sind die eigentlich so viele Leute aus der Hölle? Ja, die chillen hier. Ich hab die eingeladen, hier. Party. Hallo? Was? Du hast die Steinachse drin getan, die du immer gemacht hast? Ja, ich hab noch keine Steinachse. Ich hab selber gar keine. Doch, ich hab eine. Ach, doch hier, guck mal hier. Da vorne ist sie. Bei dem Crafting-Tipp. Wieso schmeißt du jetzt Holz rum? Wieso ist die halb kaputze? Ja, weil ich zwei halb kaputze habe. Ah, da hast du eine von mir. Ja, jetzt hast du... Du deine wieder, ja. Oh, jetzt ist hier. Achso, da sieht das natürlich fast steil aus. Ah, egal. Okay. Egal. Er kommt jetzt hier drauf. Und hier. Ja, und wie geht's weiter? Hm. Egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Oh, ich hätt nicht gewusst, dass... Ich hätt nicht gedacht, dass du das weißt. Hä, doch, klar. Das ist ja ein einziges Meme. Ja, das ist ein Medium. Egal. Aber ich hätt nicht gedacht, dass du das weißt. Ja, ich bin eben schlauer, als die Polizei erlaubt. Und singen. Oh Gott. Oh, nö. Ach, das war jetzt wieder dumm. Gillette hat den Schweinemann angeschossen und jetzt greifen die mich alle an. Wie geil. Irgendwie sieht's... Ereignis-Rei... Es sieht komplett scheiße aus. Wieso ist das denn so? Ich bin eingebauter Mann. Junge, das müsstest du aus meiner Perspektive sehen. Eigentlich soll... Nein, ist jetzt auch egal. Warte, ich hab ne Idee. Ich schicke dir das alles Video auf Foto. Dann kannst du das in deinem Video einblenden. Auch wenn die Qualität ein scheißes ist, aber ist mir egal. Du siehst das auch erst dann später. Nicht Fule 1,1, nee, 16. Bisschen hab ich so französische Tastatur, Lull. Hab da nicht französische Tastatur, ne? Ja, ich hab halt schweizerdeutsches halt mit französisch so ein bisschen gemischt, halt. Weil ich hab schweizerdeutsche Tastatur. Äh. Achso. Okay. Achso. Junge, ich muss unbedingt drängen. Die sind, glaub ich, alle aggro auf mich. Das ist ja alles... Freiskelett, Alter. Mann. Das ist die Folge der Frustration. Ich bin so tot, Junge. Jetzt zieht die Schubkarre halt scheiße aus. Egal. Mein King, ich brauch dich. Wieso? Die Schweineleute greifen das nicht an. Ah, das Skelettschild noch da. Okay. Oh, jetzt schießt nach mir. Wo bist du? Im Netter. Okay. Komm mal in den Netter, bring am besten wenig mit, außer an der Spitzhacke. Ja, so. Ja, jetzt ist es zu spät. Und dann gehst du dort den Weg runter und dort ist unten ein Steinkloss. Da bin ich drin. Achso, die Schweinemänner, die chillen bei mir. Nee, die... Das... Ja. Du hast das Skelett... Nee, nicht du, sondern das Skelett hat einen Schweinemann eingeschossen und dann haben mich die Schweinemänner angegriffen. Da unten ist ja richtig Party. Oh mein Gott. Ja, und ich bin da mittendrin. Guck mal in die Ecke von der... Oh Gott, Alter. Jetzt rasten auch alle aus. Junge, der greift mich plötzlich an. Oh mein Gott. Jetzt kommen da alle auf mich. Wieso? Ich hab... Hä? Wieso? Der macht eine Hälfte. Der hat Schaden mit einem Hit, ja. Das Spiel ist verpackt. Wieso? Wieso? Irgendwas schießt mich die ganze Zeit ab, aber hier ist kein Skelett. Ja, da sind Skelette. Ja, aber wo haben wir müssen? Ich bring die jetzt einfach alle oben, die Monster. Ja, hä? Müssen wir ja? Ah doch, da drunten ist eins. Hä, von wo bekomme ich den Schaden? Ich bekomme so random Hits? Oh, was hintest du mich? Du Hecker! Look. Hä? Ich bekomme so random Hits. Aus dem Nichts. Und ich weiß nicht von wo. Ah doch, da unten. Okay. Siehst du mich hier unten in der Ecke? Ja. Was hast du alles so dabei? Nicht viel. Außer 13 Level. Oh, das ist natürlich belastend. Aber ich kann die hier easy alle hitten. Oh. Ja, ich versuche die mal so ein bisschen nach hier drüben zu locken. Oh, die Goldschwert verzaubert. Das will ich haben. Okay, schade. Oh Gott, jetzt kommen alle auf mich. Ja, nee. Ciao, Digga. Ciao, Lieben. Oh, ich hasse mein Leben. Wieso steht hier ein Schild mit E? Ja, das ist aus Versehen. Was sieht's? Ja, aber hier oben sind sie nicht aggressiv. Ich könnte sie auch nicht entscheiden. Die reale Lüge. Hey, das sieht aber richtig scheiße aus. Ich weiß, irgendwie ist er auf den Bildern wie im Best-Faust. Naja, immerhin haben wir jetzt wieder eine reale Lüge. Ja. Oh, jetzt ist mein Zeug wieder weg. Boah, wir haben ja Kürbiskern. Ich hasse den, ne. Ich hasse dieses Spiel. Wie, ähm, warte mal. Machen Sie mir überlegen, wie viele Folgen müssen wir eigentlich heute aufnehmen? Keine Ahnung. Kannst du die Woche nochmal ein andermal? Ne, also vielleicht morgen, aber es ist auch nur mit ganz viel Glück. Also ich würde mich drauf einstellen, dass es eigentlich nicht geht. Ne, ne, ich, ne. Also warte mal, du hattest es aufgenommen. Ich habe heute meine letzte Folge hochgeladen. Das heißt... Hä, was? Du hast schon deine letzte Folge hochgeladen? Warte, ich gucke mal ganz kurz auf YouTube, Leute. Seht ihr das? Folge 12 war es bei mir jetzt. Die, wo wir mit TNT experimentiert haben. Das war die letzte von mir. Danach haben wir nur noch eine aufgenommen. Und danach waren wir, haben wir aufgehört. Okay. Weil bei mir, ich habe jetzt noch... Meine Folgen gehen bis Samstags noch. Samstag? Ja, bis Samstag noch. Warte mal, lass nicht kurz in meine Datei gucken. Also ich möchte theoretisch eigentlich danach noch so eine Folge mindestens aufnehmen. Oder am besten noch so zwei für mich. Dann... Nein, jetzt sind die Hühner hier draußen. Och, juhu. Egal. Quatsch, Tasse. Aufnahmen. Hier. Wir haben jetzt zwei... Ach doch, ich habe noch eine Folge gehabt. Sorry. Das heißt, ich habe noch die für... Übermorgen. Prison 13. Und... Genau. Dann haben wir jetzt eine aufgenommen schon wieder. Also ich habe jetzt 16. Das heißt... 14 kommt die übermorgen. Und dann kommt die am Samstag. Nee, das kann ja nicht sein, wenn die Samstag komplett... Oh mein Gott, es sind wieder mehrere Eier aus dem Huhn gekommen. Morgen ist Donnerstag. Ja, ja. Mehrere Hühner aus dem Huhn. Ja. Das heißt, ich habe meine für Sonntag. Das heißt... Wir müssen noch mindestens eine machen danach. Für mich. Ja, und für mich am besten auch noch eine. So wäre noch so nice. Ich habe die Zombie Hitman... Äh... Zombie Hitman. Die Zombie Pigments. Immer nicht angeguckt, weil ich dachte... Dass das die Viecher waren, die einen dann angreifen haben. Und das war ja eine, wenn er... Okay, wollen wir die Schweine mal noch ein bisschen vermehren, weil... Also, außer Seen ist ja... Wir haben keine Namensteller. Ich angel jetzt mal ein bisschen. Ich werde jetzt zum Rentner. Zum Rentner, hä? Alle Rentner... Alle Rentner wieder ultimativ gekürt. Bei mir ist gerade eine Karotte gedespauften. Okay. Mann, wieso haben wir nur eine Kuh, Mann? Das ist ein bisschen schade. Ja, weil vielleicht zwei Leute, zwei Kühe, den Schacht runtergekracht sind. Ach ja, stimmt. Und eine du gekillt hast und eine der Baum erschlagen hat. Und wieso funktioniert unser See nicht mehr? Habe ich den kaputtgespringt? Kann das sein? Ja. Mir kommt halt nichts mehr, ja? Das wäre traurig und lustig zugleich. Also lustig fände ich das nicht. Dann könnten wir nicht mehr angeln und wir konnten die Leute nicht benennen. Stimmt. Oh Gott. Das wäre ja... Hä, das geht halt wirklich nicht, ja. Oh, Zuckerrohr. Bist du mein großer Bruder? Egal, wir testen das mal. Ja. Leute. Ja, keine Ahnung. Wie motiviert... Oh, alles klar. Ja, okay. Der Säge geht doch wieder. Okay, wichtig. Du hast aber einfach diese Leute gesagt, ja. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ja. Leute. Wir brauchen ja jetzt noch eine Folge. Wir haben eigentlich in dieser Folge einfach gar nichts geschafft. Ja. Ja, Meister des Kampfes können wir halt einfach auch noch nicht machen. Ja. Braue einen Drang. Ja, wir brauchen ja wirklich diese freaking... Wie lange ist deine Ausnahmesprung? Ja, eben gleich 15 Minuten. Digga, wie viele Bissi-Tombie-Pingmans sind eigentlich hier? Was ist denn hier los? Bissi in einem Meter? Nee, nee. Hier in der Oberwelt. Ach so. Bei uns. Zu Besuch, meinst du? Ja, Leute. In der nächsten Folge schaffen wir auf jeden Fall Erfolg. Ich sag's jetzt einfach so, als Promo für Red. Schaut bei ihm vorbei. Schaut sowieso auch in die Playlist. Die ist jetzt auch sortiert bei mir. Oder überall sortiert sowieso. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Schaut auf beiden Kanälen vorbei. Eigentlich könnte ich mir noch diese Perspektive machen. Joa, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, hab ich schon gesagt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal der Date. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. 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 Tschüssi.